Vielleicht ist es das Schicksal gewesen, das uns zwei zusammen getan hat. Vielleicht ist es die Sicherheit von dir, die mich befriert. Vielleicht ist es einfach so, dass wir zwei zusammen gehören. Und es macht mich glücklich, wenn du es bist, das neben mir steht. Und wenn ich dich sehe, was mir fällt, wenn du nicht da bist, ich spüre dir, es gibt nichts, was mir besser tut. Dann frage ich mich, wieso ich das nicht so lange gehört habe. Dass ich dich mehr als nur mein Mann tut mir gut, tut mir so gut, tut mir gut. Du bist mir gut, du bist mir so gut, du bist mir gut. Du bist mir gut, du bist mir gut, tut mir gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020